Hallo zusammen, Thomas hier. Sensorstabilisierung bei den Systemkameras ist natürlich eine feine Sache, denn dadurch besteht die Möglichkeit, dass wir mit Verschlusszeiten aus der Hand fotografieren, die, ich sage mal zu Spielreflexzeiten, lange Zeit gar nicht möglich waren. Also ich habe teilweise auch schon es geschafft, mit einer Sekunde oder sogar zwei Sekunden aus der Hand mit meinen Lumix-Kameras zu fotografieren und hatte dann trotzdem knackscharfe Fotos. Ist mir zwar nicht immer gelungen, aber es zeigt auf jeden Fall, dass man sehr lange Belichtungszeiten inzwischen auch aus der Hand fotografieren kann. Aber wie sieht es aus in Verbindung mit einem Stativ? Soll man dann die Sensorstabilisierung ausschalten oder kann man sie anlassen? Ich weiß, das ist auch ein durchaus häufiger diskutiertes Thema in diversen Foren. Zumindest die meisten Hersteller meines Kenntnisstandes nach empfehlen, die Sensorstabilisierung auszuschalten, wenn vom Stativ fotografiert wird. Ich habe mir das letztens etwas genauer angeguckt, zugegebenerweise tatsächlich zufällig ist mir das aufgefallen und meine Ergebnisse, Stativ und Sensorstabilisierung ein oder aus, die gucken wir uns jetzt mal an. Bevor wir uns das jetzt den Lightroom mal genauer angucken, noch der Hinweis, dieses Video wird gesponsert von meetdeinobjektiv.de. Bei meetdeinobjektiv.de könnt ihr professionelle Kameras, Objektive und das entsprechende Zubehör ganz einfach online mieten. Und wenn ihr meinen Rabattcode RAW Akademie verwendet, spart ihr bei eurer nächsten Bestellung, bei eurer nächsten Miete bei meetdeinobjektiv.de 10%. Die Aufnahmen, die ich euch zeige, das sind so die Aufnahmen, die ich üblicherweise immer von meiner Logia mache, wenn ich Filter beurteilen will, wenn ich ein neues Objektiv habe und erstmalig dann auch so die Schärfe beurteilen möchte. Und die Aufnahmen habe ich gemacht im Zuge des Tests meines oder meiner Haida variablen ND-Filter, einfach um zu schauen, wie stark dunkeln die, oder ja, dunkeln die sind ja zwei Filter, wie stark dunkeln die Filter auf den jeweiligen Stufen ab. Und in dem Zuge stand meine Lumix G9 auf dem Stativ. Ich habe das Ganze fotografiert mit dem Panaleica Objektiv, 8 auf 18 mm. Und hier oben Blende, ISO-Wert und natürlich auch der Fokuspunkt sind unverändert. Ich habe nur an dem ND-Objektiv vorne die Abstufung reingeregelt, um die Aufnahmen möglichst immer dunkler zu machen. Und hatte die Zeitautomatik an, sodass natürlich die Zeitautomatik gegensteuert, denn ich wollte wissen, um wie viel Lichtwerte dunkelt denn der Filter auf den jeweiligen Stufen ab. So, und das ist dann die Reihe, die ich fotografiert habe auf dem Stativ mit der eingeschalteten Sensorstabilisierung der Lumix G9. Das ist die Aufnahme hier genau in der Mitte. Ich habe die ausgesucht, um euch zu zeigen, wo ich fokussiert habe. Ich fokussiere bei solchen Aufnahmen eigentlich in der Regel immer hier auf die gegenüberliegende Häuserfront und hier dann auf das Dach. Also diese Einstellungen bleiben unverändert für alle Aufnahmen. Ich lasse sie einfach mal da oben stehen und jetzt gucken wir uns die erste Aufnahme an, die ich gemacht habe. Und da sieht man hier erstmal nichts. Wenn wir auf die 100%-Ansicht gehen, sehen wir, dass die Aufnahme durchgehend unscharf ist. Die zweite Aufnahme ist genauso unscharf. Also auch da gibt es ein Problem mit der Sensorstabilisierung, wenn jetzt speziell meine Lumix G9 auf dem Stativ steht. Auch die dritte Aufnahme ist unscharf. Und ihr seht, das verändern sich natürlich auch die Belichtungszeiten. Ich habe angefangen hier bei einer Sechzigstel. Da wird die Aufnahme schon unscharf. Dann kam eine Viertel. Diese merkwürdigen Sprünge, die sind geschuldet den nicht linear verlaufenden Abdunklungen der variablen HIDA-ND-Filter. Und dann kommt die vierte Aufnahme. Die haben wir gerade gesehen. Die ist jetzt entstanden bei 0,4 Sekunden. Und die ist, na ich sage mal, erstaunlicherweise wiederum scharf. Das ist eine durchgehend scharfe Aufnahme, die ich dann eben hier mit Blende 5.6 gemacht habe. Die nächste Aufnahme wird dann wieder unscharf. Ihr könnt das sehen. Und die vorletzte Aufnahme, die wird dann erstaunlicherweise wieder scharf. Die ist entstanden bei 1,3 Sekunden. Man könnte ja gleich vermuten, dass je länger die Belichtungszeit ist, umso stärker mag sich die Stabilisierung oder die Bewegung des Sensors auswirken. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich habe eine ganze Reihe weiterer, vielleicht der Vollständigkeit halber, zunächst noch diese Aufnahme. Die ist mit 3,2 Sekunden entstanden. Und auch die ist erstaunlicherweise knacke scharf. Gut, wir haben natürlich dieses starke Abdunkeln, was bei variablen ND-Filtern am Ende, also am dunklen Ende immer der Fall ist. Also ihr habt gesehen, ihr habt gesehen, dass eigentlich auch kein Muster erkennbar ist, sodass man sagen kann, kurze Verschlusszeiten führen dazu, dass sich die Sensorstabilisierung möglicherweise nicht negativ auswirken kann und lange Belichtungszeiten bebringen das oder fördern dieses Problem eher zutage. Zumindest mit den Belichtungszeiten, mit denen ich jetzt fotografiert habe. Ich habe im Nachgang auch viele andere Belichtungszeiten ausprobiert vom Stativ und konnte den Effekt in vielen Fällen dann wieder nicht sehen. Streng genommen gilt das natürlich erstmal für meine Lumix G9 oder für eine Lumix G9. Ich würde aber mal vermuten, dass dieser Effekt auch bei anderen Systemkameras mit einer Sensorstabilisierung auftritt. Und da gibt es jetzt grundlegend zwei Möglichkeiten, auch für euch. Entweder wirklich eine sehr ausgedehnte Testreihe unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu machen mit sehr vielen verschiedenen Verschlusszeiten, vielleicht noch in Kombination mit irgendwelchen Blenden. Oder, und das ist sicherlich die einfachste Variante, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, schaltet schlicht und ergreifend die Sensorstabilisierung immer aus, wenn ihr vom Stativ fotografiert, dann sollten keine Probleme auftreten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert ROR TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender. Bis zum nächsten Mal.